Das Amt für Erwachsenen und Kindschutz lanciert zusammen mit der Berner Gemeinwesenarbeit das Projekt «Tür an Tür – Wir schauen hin! – Projekte gegen häusliche Gewalt in der Nachbarschaft». Wenn jemand in den eigenen vier Wänden von Gewalt betroffen ist, dann ist es für die Betroffenen oftmals schwierig, sich Hilfe zu holen. Das Pilotprojekt will hier das Umfeld sensibilisieren und will auch das Umfeld befähigen, herzuschauen und zu handeln. Gewalt darf nie Privatsache sein. In einem ersten Schritt konzentriert sich das Pilotprojekt auf ein Stadtteil Bümplitz-Bethlehem. Die Aktionswoche von 25. Februar bis 11. März will die Quartierbevölkerung sensibilisieren und will die Quartierbevölkerung auch im Umgang mit dem Thema schulen. Im Verlauf des Jahres sind weitere Workshops geplant und mit dem Pilotprojekt leistet die Stadt Bern einen weiteren Beitrag zur Prävention gegenüber häuslicher Gewalt und zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Bekämpfung Bekämpfung